Hallo meine lieben Leute! Hallo! Na, haha Wir sind hier wieder auf dem Multicube Wir spielen jetzt Survival Games, obwohl wir das auch wahrscheinlich nicht so gut können, aber... Das ist ja immer noch ganz lustig, weil wir dabei schön labern können, ne? Hier oben, SG21 Oh, nimm das doch, du scheiß Mist! Ich hab da drauf! Ich hab da... Du bist doch drin, ne? Wie du gleich am Anfang der Folge schon wieder voll ausrastest Ja, ich klicke da rauf und es geht einfach nicht Ja, aber andere auch joinen, Alter Hast du angenommen? Achso! Ich wollte dir grad... Alter, nein, 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 nimm schnell an! Ähm, lass mal für Streiksatz für die Woten, okay? Jaaa Hä, warum kann ich nicht woten? Achso, das hört gleich an! So! Aber Streiksatz City hat gewonnen, oder? Was ist denn Streiksatz City? Das ist ne Map, Alter! Das hier? Ja, das ist die Map hier, weil ich find die besser als Kolosseum, Kolosseum spielt man so oft Ja, ich muss mal die... Rennen wir in die Mitte? Ne, nicht hier! Nope! Rennen wir da zu der linken Leiter, okay Sö dich um? Da, du sind zwei Leiter, die wir gehen zur linken und rändern da hoch, ja? Ja, die... Ich bin so blöd, ne? Scheiße! Du bist blöd, du kommst an die Leiter einfach nicht dran, Wendy! Alter, schwinger jetzt! Ey, was ist denn das für ein Hurenkind? Ich bin schon mal hoch, ne? Boah, hab ich denn eine Behinderung, oder was? Äh, ja! Ich bin hier, ich ran hier lang, bist du schon? Hast du es rutscht? Komm, dann hier lang! Das ist ne Küste! Bist du unter mir? Ich hab auch ne Küste! Oh, da waren voll gute Sachen drinne! Ich hab'n Feuerzeug! Ich hab'n Bogen, aber ohne Pfeile! Ey, in der letzten Runde war ich übergut, aber irgendwie ist die, äh, du bist gestorben, oder? Ja, am Anfang! Ja, stimmt, das war die Folge, wo... Deine Mutter reinkam! Da hab ich einfach zwei gekillt, das war voll krass! Und dann kam ihre Mutter rein, die konnten wir die ganze Aufnahme wegwerfen! Ja! Hier lang? Wo bist du? Hä? Ja, ich... Hö? Ach da! Da kommt jemand, oder? Hier, töte die... Warte, ich töte noch schnell die Kuh! Welcher das Trick, sind wir elf, oder? Weiß ich nicht! Bist du langgegangen? Da! Ich hab'n Goldschwert! Hier ist ne... Hier ist ne Workbench! Oh! Das müssen wir uns merken, ja! Ja! Oh, ich hab'n Mockingjam Bogen! Hier kann man hoch! Warte, ich muss mein Mockingjam öffnen! Was soll ich nehmen? Oh, es gibt kein Schwertschwarte! Dann nehm' ich nen Kettenhemd, oder? Oder... Ja, ich nehm'n Kettenhemd, ja! Oder? Oder Sticks! Und da machen wir'n Schnell... Ja, okay! Warte, bist du noch da? Wo bist'n du? Ich hab'n Haus, warte! Ich geh' kurz zurück, weil dann kann ich mir nämlich ein Goldschwert machen, okay? Kommst du mit mir? Ich weiß gar nicht, warum ich war! Wo bist du denn? Hier! Da! Hier war das hier runter nie, ne? Wo sind wir denn hergekommen? Hier, oder? Hier, hier! Hier ist ne Workbench! Beschütz mich, ja! Hä, wo denn? Warte, ich bin hier runtergegangen, bist du behindert? Hast du Downsyndrom? Hier oder nicht da runter? Dreh' ich doch mal um und komm' hinterher! Ja! Mann! Was hab' ich da unten drauf? Beschütz mich, ja! Du bist so gut, oder beschütz dich? Ja! Das ist auch ihr Job als Mutter! Entschuldigung, das Fleisch! Aber wir haben voll Glück mit den Krühen, sag mal nichts! Okay! Hey, ich hab' vier Herzen mehr gekriegt, alter! Ja? Was hast du gemacht? Keine Ahnung, ich hab' die Kugel! Tötet oder so! Achso, ja, die heilen uns wahrscheinlich! Bleib du mal draußen und mach' mir auf, wenn ich so das sage, ja! Ich weiß nicht, ob manche Türen sind nämlich vor die Fallen! Super, jetzt ist nicht mal ne Kiste drin und ja, ich würde doch, ich würde was kommen! Mach' mal auf die Tür! Jetzt, warte, ich geh' hier rein! Ähm, hier geht's hoch! Warte! Ich komm' gleich! Äh, warte, ich guck' ob man von innen reinkommt, kannst du mit reinkommen! Achtung, da hinten! Ich seh' den Nadarm! Komm' schnell rein! Mann, warum sind denn hier nirgends Kisten? Wollen die mich verarschen? Können welche da rausrennen? Kommst du bitte schnell! Ich hab' Angst! Ja, warte doch, du Hurenkind! Nein, warte, du h DouUM! Warte! Ikne shy einfach außer Rojas zu fragte jedes Mal! Hast du rote Pilze? Nee! Warte mal! Das war'n Feder! Meteor Shower! Wich mich einfach unter einem einzelnen Blog und aufstellen! ich kann auf die Kiste was hat man spannend ich hab mit Olo Kassel hat einen direkt neben mir geholt bis zum Haus gerannt Jenny wo bist du du wenn du bist du die Kuh direkt neben mir gespawnt in den Blöcken und jetzt ein Treppe hoch das noch eine Workbench und überall und was doch der Test was bleibt draußen oder ist nichts drin willst du mal hier reingehen? geh ins Haus rein, ich mach die Wenden auf ist da was? Minecraft ja dann komm wieder raus komm wir gehen jetzt hier lang da ist ein Leder musst du aber alles mitnehmen da hast du nicht in die Kiste geguckt? ja komm hier oh scheiße oh ich dachte grad da ist jemand alter das ist mich nicht erschreckt es ist mir doch egal wie es heißt ab sagt du verstehst mich oh ich hab von Magenschmerzen warum hab ich Magenschmerzen alter? nein ich habe nicht meine Tage vor allem man kriegt ja nicht Magenschmerzen wenn man seine Tage hat ich hab von Magenschmerzen nein weil ich wenn ich manchmal mit Kumpel skype dann und ich sage ich hab Magenschmerzen dann hast du deine Tage ich so hey brauchst du Magenschmerzen? ich sag's dann bitte die Kühe sind voll geil da haben wir voll Essen mehr ja ja warum warum soll man seine Tage haben wenn man Magenschmerzen hat? was ist bei denen falsch? die Eierstöcke sind doch nicht im Magendrümmel ja doch wenn du welche isst dann schon Achtung Gott ich krieg in eine Kuh NEIN! 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 oh Gott ein Zweierteam rennst du? komm her ich bin im Wasser oh mein Gott ich hab mich an oder einer 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 ich hab ihn getötet Jenny nein oh was öffne ich mein Inventar was bin ich für ein Hurensohn wo bist denn du? ich werd sterben alter ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet ich hab ihn getötet ich hab ihn mit nem Pfeil abgeschossen alter NEIN warte nimm die Sachen mit NEIN ich bin tot alter wie hast du das denn geschafft? bist du ertrunken? JA ich glaub schon und schaffst du NEIN und das feine Showdown und ich wär fast mit drin gewesen zum ersten Mal NEIN warte ich bloß dir jetzt ich hab grad einfach zwei Typen getötet ne und die hatten viel besser ausrüstung als ich ich muss mich nicht schnell ausrüsten ich hab am Anfang nur ich konnte nur wegrennen weil ich vier Herzen extra hatte ne hat er noch und wie gut ausrüstung ja scheiße ich schaff das nicht mehr scheiße ich hab mich oh scheiße danke dass du mich erinnerst wär sonst fast da drum aus zwei Sekunden geht's los oh ich hab aber ein Schwert und wer ist noch alles da? kein Team mehr oder? NEIN kein Team das ist geil das ist gut Jenny best gewinn ich mal oberstest du mich? wa? oberstest du mich bei? ja ok das ist gut für die Aufnahme wichtig aber ich kann euch versprechen ich werde wahrscheinlich eh nicht gewinnen also weil ich war schlecht denn ich hab nen Steinschmerd und der hat nen Bogen aber der hatte grad glaub ich verzaubert oh der behindert oh 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 mein Gott ich werd sterben scheiße naja aber immerhin schau dran alter wir zusammen hätten wir bestimmt gewonnen hm noch ne Runde? wie lang haben wir jetzt schon? 14 Minuten oder? weiß ich nicht ich mach hier mal ne Aufnahmepause hier ist leider schon das Ende der Folge aber wir hoffen natürlich trotzdem dass es euch gefallen hat und noch einen schönen Tag haut da rein Leute und noch einen schönen Tag aber wir können ja auch noch einen schönen Tag